zu diesem neuen video was video leute jetzt willkommen in diesem live-team zähle ich fortnite können wir duo oder auch team können ich glaube es geht heute eher um zwanziger teams und könnt gern mitzocken ist einfach nur ausrufezeichen psn schreiben ich mach das mal eben einfach meine komment das muss eigentlich gehen ich muss ich guck mal eben noch mal nach wie das heißt der komment ja mein bot müsste es jetzt eigentlich rein schicken leute da und dann könnt ihr halt einschreiben ausrufezeichen psn was ich jetzt auch noch mal mache und dann schreibt er um einen playstation drei namen und von meinem playstation vier namen in psn rein damit wir mehr zuschauer werden einfach den stream teilen auf ganzen spannend und ja dann suche ich auch mal jetzt solo ein bisschen aufwärmen wenn ihr fragen habt einfach in den chat reinschreiben oder keine ahnung was oder was ihr zu fragen habt und schon und schon Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, nice Ich glaube, wir gehen direkt nach Title Das war am besten Da muss ich jetzt auch gleich abspielen Wenn die Tonqualli nicht so gut ist oder Audioqualli oder das Bild nicht so gut ist, einfach reinschreiben Ich glaube, ich gehe direkt im Main-Gebäude Bisschen Action Was ist das für eine Waffe? Ach, die irgendwie Schnappen wir mal direkt die Pump hier Und hier ist einer oben, müsste auch einer sein Der ist hier Oh mein Gott Das war so hart verengt Wo ist der Typ? Wo ist der? Der ist hier auf jeden Fall Und Er ist auf jeden Fall In der Falle Der ist safe da Oh shit, nein Er war hinter mir Ich habe es nicht gesehen Scheiße Hat der mich verarscht Das war scheiße, Leute Egal, neue Runde, neues Glück Ihr könnt auch mal sehen, wie weit ich beim BattleBuzz bin Beim BattleBuzz bin ich nicht so weit Ey, ich bin am streamen Ich gehe mal da lieber raus Das ist mir zu laut Das ist mir zu laut Zwei Zuschauer Nice, Leute Schreibt mal jetzt alle bitte Die im Chat sind Einmal bitte was rein Damit ich weiß, wer ihr seid Ich finde den Tanz nicht so geil Die Leute, die jetzt gerade im stream sind Könnt ihr bitte mal was reinschreiben Damit ich weiß, wer ihr seid Ich weiß, wer ihr seid Okay So, dann geht es auch direkt los Direkt nach title Ich gehe wieder am Main-Gebäude von unten Aber da muss gucken Wo ich noch hin kann Ich glaube aber am Main-Gebäude von unten Ich hoffe, diese Runde wird was Ja, ich gehe hier hin Ja, ich gehe hier hin Okay, eine Pump Der ist oben Irgendwo K.P. wo Grüne Salve Auch nicht schlecht Und Munition Und Munition Kann man immer gebrauchen Eine graue Ja, der ist oben Da ist er Ich habe ihn gesehen Scheiße, er hat ihn gesehen Oh mein Gott Ey, warum kommt er mit Jetzt mit Minigun Jetzt mal ganz ehrlich Warum kommt er mit Minigun Also das fack mich richtig ab Warum kommt er mit Minigun Größte Dreckswaffe Er kommt mit Minigun Mit Minigun Kommt einfach mit Minigun Warum Hat einen Spaß Das fack mich gerade richtig ab Mal gucken, was wir jetzt reißen können In der Runde Mal schauen Mal schauen Ich muss abstehen So Ich werde gerade mal ein paar Kommentare Von mir kommentieren Oh, scheiße Wo bin ich L, ne Keine Ahnung Ich glaube L-Gebäude Oder Die sind andere Scheiße Ey Was ist das für eine Spaß Sie, Alter Wollte sich ein Skin Für 15 Euro Sowas fack mich mega ab Naja, was soll man machen Einmal noch Solo Und dann Ja Mal schauen So Komm Komm Eine Runde String Ich muss mich jetzt mal an Das ist eine goldene Ska Ja, ist es Also sowas will ich auch mal wieder haben Nach einer langen Zeit Die hört sich mega ekelhaft an Die hört sich mega ekelhaft an Das ist Also solche Typen feier ich. Soll ich wieder Tidal gehen oder komm ich geh mal. Das Wasser haben sie auch anders gemacht. Da gehen einige hin. Oder? Nein. Ich glaub nur einer. Ja wird einfach. Direkt Main. Oh da war ein Slurper. Ich glaube. Ja komm jetzt fängt es wieder an zu legen. Sag ich doch. Hier ist ein Slurper. Oh das kann ich gut gebrauchen. AR Muni und Shotgun Muni ist immer gut. Und über mir ist auch noch eine Kiste. Die hole ich mir schon gleich. So. Okay ein Big Shield Miss. So. Ah hätte ich lieber nicht den Slurper getrunken. Das war echt dumm von mir. Ach egal. Jetzt habe ich es ja schon gemacht. Draußen ist glaube ich auch noch anleerlich draußen. oben auf der Garage. Naja aber Muni. Wartei mal. Ich bin's. Ich bin's. Gloc. Ich bin's. Warte ja. C'mon. Ich bin's mit dir. Bist du denn? Also gerade Leck des Übels. So. Ey, mal gucken, woran es liegt. Boah, es leben noch voll wenige Leute. Mega wenig. Hey. Hey. Was ist der Typ? Ah, jetzt kommen wir diesen blauen Horst da. Hier ist ungelotet. Wie kann man in diesem Haus nicht looten? In diesem Haus können es zu zwei Kisten sein. So, eine grüne AR. Ja, einfach so. Und jetzt einfach noch unten looten. Ich glaube, dann schnappe ich mir jetzt den Typen. Noch ein Big Chili. Oh, die. Hätte ich ja lieber nicht getrunken. Jetzt habe ich es aber schon getan. Und eine blaue Pistole. Ich glaube, er ist in dem blauen Gebäude drüben. Oh, die Sohn kommt. Wow, kann der sein? Das ist ja hier. Ne, ich glaube nicht. Entweder hat er eine blaue Pumpe oder eine Lieder noch. Ich hoffe, es ist eine Lieder noch. Ja, die Sohn ist schon schnell. Deshalb gehe ich mal los. Okay. Auf dem Weg fahre mich einfach ein bisschen Holz ab. Was ich am Ende so 500 Holz habe. Ich muss mich jetzt auch langsamer beeilen. Da eben wird gebaut. Habe ich einen Jump hätten? Ne, noch eine Falle. Ich glaube, ich gehe hier diesen Teil abbluten von Title. Vielleicht finde ich da eine blaue AR. Oder vielleicht auch eine Scar. Oder vielleicht auch... die Lieder, ne? Die Lieder, ne? Die Lieder, ne? Von da hinten, ne? Ich glaube, das ist einer. Das bin mir aber... Ja, das ja. also noch ja da ist die lila pump wenn man schon von der rede geil also er hatte gut materialien zwar viel verschossen egal und jetzt geht es noch title ich gehe jetzt einfach nicht so rein oha ist nicht schnell ja ich gehe rein ich habe einen berufsschaden jetzt geht es noch teil ich habe halt kaum materialien oh mein gott ich komme oder ich lass meine verbände da dann nehme ich oder ich habe jetzt einen platz voll komisch oder ich muss auch direkt in die nächste zone kommt muss los ich hatte so einen krankenhut vielleicht wird es ja jetzt ein epischen sieg nur ich brauche jetzt unbedingt ist gar es ist so wichtig jetzt gerade hätte ich jetzt nochmals hier kommen dann könnte ich jetzt dann könnte ich den jetzt trinken dann hätte ich 200 nehmen das war das wäre jetzt wenn es jetzt ein epischen sieg wird dann habe ich das auf meinen kanal hoch noch elf gegner ja könnte einer werden muss aber nichts ich muss jetzt unbedingt los ich muss jetzt unbedingt los nicht mehr viel zeit auch kein jump pad ich glaube da hinten wird gebaut oder hier war auf jeden fall einer der geht auch in die zone gerade ich könnte es schaffen guck mal wie schnell die ist oh die schnell scheiße alter oh shit vor mir sind bestimmt geht noch in diesem umfeld zwischen o und s ich könnte es vielleicht noch schaffen ja schafft ohne schaden zu bekommen das wäre nice wenn man so einen fetten felsen oder berg abbauen könnte könnte da würde man locker so 400 stein bekommen zum glück ohne schaden bekommen oder keinen schaden zum sniper schuss von da ja da unten sag ich doch da ich habe mich auch alter ich habe mich ein schaden gegeben okay der loot gehört erstmal nie oha habe ich einen krassen loot nein nein ich wollte gerade die pant nehmen ah scheiße alter fuck nein alter oh da waren es gar scheiße der hat einen krassen loot jetzt das ist abfahrt des jahr tausend ich guck mal mit wem ich zocken kann ich guck mal ob der streamt ich gehe mit einem account rein den er nicht kennt stream dieser fette er hat vor 57 minuten gestreamt vor drei stunden drei stunden drei stunden potten potten fett zack alter fett der schreibt ihn einfach so und so boah wenn ich den sehe der kriegt eine von mir auf die fresse zack ich habe wieder einen kommentar bekommen ich lese den sofort vor ne doch nicht was das für ein bug alter level 42 beim battle pass das muss ich unbedingt bekommen wir bekommen also insgesamt 8000 sie gab ich jetzt nicht so viele solo hätte ich mal einen fast hier einen und hier sechs ja ich bin nicht so gut in fort mit aber der eine der war gerade übelst man übelst ich glaube ich spiele jetzt 20er teams so auf ganz entspannt mal gucken wir wie lange stehme ich denn schon ja eine halbe stunde ich stehme noch so eine stunde oder oder noch zweieinhalb dass ich insgesamt drei stunden stehme ich bin live on youtube do you know hello 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 i am live on youtube do you know it hello ja ok anscheinend kann er nicht reden ich bin warten idiot titled retail ja eher titled ne weil retail für 20 leute oder entweder sind wir team 1 oder team 2 boah springen ja voll viele schon bei insgesamt sind hier auch nicht 100 leute In einem, ja. Main ist schon wieder voll, alter. Mini-Schlurfies. Nein, Spaß, alter. Mini-Schlurfies. Ich brauche direkt jetzt eine Pump. Komm, gib mir eine. Das sieht natürlich auch gut aus, aber... Der Pumpgang gefällt mir da eher. Nein, runter. Die machen ja sofort Kild alle. So einen Moment, Leute. Also, ich kämpfe nicht, ne? Ich schwurze nur eben. Oh, mein Schild ist richtig. Pustentüb. Oh, fuck. Der ist schon abgehauen, ne? Vielleicht ist hier ne graue Arie. Ich geh mal gucken. Oha, wir sind nur noch elf Leute. Elf. Tschüss. Oh, da ist einer. Scheiße, was meine Pumpe. Das baue ich nicht unbedingt. Jetzt geh mal weiter nach hinten. Nur noch zehn. Also, neun Teammates hab ich noch. Komm, bitte ne grüne Arie. Da ist einer. Oh, shit, Alter. Oh, shit. Ey, was sind das für schlechte Typen, Mann. Ich hab noch nie so schlechte Gegner gesehen. Also, vor zwei Wochen hab ich diesen Kampf verkackt. Hier sind noch Verbände. Ah, einer. Scheiße. Hätten halt unnormal viel Schaden gegeben. Ne. Okay. Irgendwas zum beleben. Boah, jetzt am besten. Ich geh mal rüber zu meinem Team. Jetzt drei Kills. Drei Kills. Nicht schlecht. Ich glaub, hier sind keine mehr. Boah, ich brauch was zum beleben, Mann. Also, das blaue hier kann ich mitnehmen. Und da. Oh, elf Verbände. Ach, egal. Hier sind nur welche. Oha, ich hab noch voll viele Teammates, die leben. Das eine Team hat nur zwei. Ja. Ich glaub, wir sind... Oder? Keine Ahnung. Ich geh mal rüber zu meinem Teammates. Oh, da liegt gut. Mal gucken, wo hast du so liegt. Das kann man mitnehmen. Ich kann mir mal aufhören zu schießen. Ich geh mal gucken, ob hier wirklich einer ist. Hässe, hier war einer. Oder hier sind, glaub ich, immer noch welche. Die grüne Pumke. Ja, Mann. Oha, ich hab voll viele Eier, Muni. Also, mein Loot ist krank. Nur ich brauch jetzt ungefähr noch so 30, 40 Schock-Amoni. Dann bin ich echt zufrieden. Scheiße, nur noch sechs Teammates. Ich geh mal meinem Teammate a, Muni. Hm, doch. Ja, komm, egal. Einig zu viel. Was macht der jetzt? Okay, ein Team ist schon mal komplett aus. Ja, ich glaub, ich bin Team 2, oder? Ja, doch, Team 2. Das sind meine ganzen Teammates. Okay. Oha, die Zone kommt. Ich bin so dumm. Ich muss mal durch ganz Tilt-Tilt laufen. Ich bin nicht ganz. So. Ich brauch jetzt unbedingt Schild. Das Leben nicht mehr ganz so viele Teammates von mir. Junge, komm doch. Was ist das für ein Idiot? Komm, bitte keinen Schaden. Ich brauch jetzt mal Nachnamen. Warum kommt der nicht? Nein. Scheiße. Ey, das könnte ehrlich und epischer Sieg werden. Da ist ein Loot, ob ich seh das jetzt schon. Ich brauch Ressourcen. Ich geh mal zum Loot-Tort. Vielleicht kommt der Piki raus. Scheiße, warum trete ich hier nicht? Hä? Oh mein Gott, Alter. Nein. 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 Ey, wie viel Leben noch. Scheiße. Ich hatte drei Kills. Ich hab einen weak geschossen. Der andere war auch weak. Ich hätt die vier holen können. Oh mein Gott, er ist noch nicht in der Zone. Dann einmal Lulu. Matitor, der ist glaube ich gut. Ich schau den einfach mal zu. Wenn es ein epischer Sieg wird, dann bekomme ich den ja. Lauf doch jetzt durch in die Zone. Was hat der eigentlich so lange gemacht außerhalb? Komm, das schafft der. Oha. Noch acht Läden. Er muss auch direkt in die nächste laufen. Oh mein Gott. Das wär so geil gewesen. Warum geht der jetzt noch looten? Ey, ein bisschen Schaden von der Zone. Er ist tot. Naja, lauf doch raus. Schüsse. Schüsse. Oh doch. Er ist so gut wie tot. Aber der ist nicht gut. Aua. Ein Leben noch. Oh mein Gott. Ja. Das wird nix, Leute. Das wird nix. Oh mein Gott. Aber hey. Das war gut gespielt. Und das war echt gut gespielt. Ja. Also diesen Emote finde ich so scheiße. Acht Euro für so ne Kacke. Der ist auch nicht so geil. Das war echt gut. Ja. Jaaa, könnte man es mal machen. Also auf den Skin freue ich mich am meisten oder auf diese Spitzsacke hier mit diesem Bleistift hinten drin, das ist mega, darauf auch Elite Agentin, sieht auch nicht schlecht aus oder diese ganzen Details am Rücken, dieses untere, dieses Dreieck oder an der Hose die zwei Streifen. Das sieht nicht schlecht aus. Das, das sieht mega aus. Sowas ist unnötig Alter. Darauf freue ich mich mega. Und dann das Buch hier, ja, der Sensenmann. Naja, das ist jetzt nicht so geil. Geht aber auf jetzt. Geht aber. Geht. Zwei Likes, ein Dislike. Weil ich mich frage, wer gedislike hat. Wie lange streame ich denn jetzt schon? Jaaa, na. Fast ne gute Stunde. Hallo? Hallo? Ich bin das nur mit mir mal jetzt am Tag. Ein Moment Leute, ich glaube meine Stimme ist sehr hoch. Ey, was sind jetzt los mit meinem Handy, ich spinnte hier voll. Ich kann's auch wieder ändern heute. Hier, normal wieder meine Stimme. Hallo. Hier. Hallo. Hallo. Video. Komm schon, Mann. Das spinnt ja voll. Oder? Stimme tief. Also meine Stimme müsste jetzt tief sein. Stimme tief. Also meine Stimme müsste jetzt tief sein. Nee, es ist Nick. Deshalb... Nee, es ist Nick. So, jetzt hört ihr mich nicht mehr doppelt. Leute, ich kann euch ja mal den Link senden von meinem letzten Video. Mache ich mal jetzt. Ich schicke euch jetzt mal den Link rein. So, da ist er. Ja, das ist mein letztes Video. Ihr könnt ja gerne mein letztes Video liken. Auf jeden Fall mal diesen Kanal. Auf jeden Fall in dieser Kamera, auf jeden Fall. Auf jeden Fall... ...konsten ist er kurz zu...? Nein, nein. Ja, nein. So Leute, ich zock mal mit einem kleineren YouTuber, der hat 44 Abonnenten, glaube ich. Was hat der denn für einen Schwitzer-Gamertag? Da ist er. So, sorry, die ganze Zeit für den Bluescreen. So Leute, geht jetzt sofort weiter. So Leute, geht jetzt sofort weiter. Einen Moment. Hallo? Schmeiß mal jetzt nicht raus, lass mich mal drin. Doch, ich wurde vorhin rausgeschwissen von irgendjemandem. Arte, Bananatv1. Warte mal. Du bist, du bist hin, keine Ahnung. Warte mal, wer ist das nochmal? Luke. Ja, dann kommt doch raus. Dann kommt doch raus. Ey Leute, kurze Info, ey, kurze Info. Ich bin gerade am Live-Steamen, ne? Ja? Nee. Warum hast keinen Bock drauf? Auf YouTube. Auf YouTube. Teilzeitgott. Ja. Teilzeit, Teilzeitgott. Teilzeitgott. Ey, die sind so doof, Alter. Außer, außer Mustafa Chaka. Guck mal jetzt auf meine Abonnentenzahl. Nein. Ich habe mehr, Junge. Ich habe 90.000. Ja. Guck mal auf meine Abonnentenzahl. Nein. Ich habe mehr, Junge. Ich habe 90.000. Ja. Ihr glaubt doch nicht, Alter. Junge, glaubt mir doch, ey. Ihr seid so behindert, Alter. Ihr glaubt das auch erst mal so am Anfang, dass ich so heiße. Mit Sicherheit habe ich fast 100.000 Abonnenten. Auf jeden Fall. Ja, okay. Ich sage dir. Ich habe 180. Ich heiß der Positive auf YouTube. Also, es gibt noch. Ja. Es gibt aber noch einen der positive. Der hat 18 Abonnenten. Das bin ich aber nicht. Ich habe 180. Schreib mal was im Chat. Ja, habe ich einmal gebracht. Aber bring mich gleich. Bring mich vielleicht nicht mehr. Außer Black Ops 4, wenn das jetzt bald rauskommt. Das kommt ja jetzt bald raus, Black Ops 4. Hi, Mr. King bist du, ne? Mach mal leiser, Mann. Das hört man voll im Livestream. Luke. 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 Junge, mach mal leiser jetzt. Ey, mach doch leiser. Vier Zuschauer. Oh, fuck. Meine meist. Meine. Ähm. Bei mir waren einmal 14. 14 Leute im Livestream. Einmal war das. Hört man mich? Läu mich etwa. Doch, man hört mich. Jetzt habe ich Efe-Chan. Chaka. Hallo. Chaka. Chaka-Chan. Hä? Was? Warum? Ja? Mach doch. Wenn ich über Twitch livestreamen würde, in jedem Livestream würden mindestens 10 Leute bei mir reinkommen. Weil Twitch ist so eine typische Livestream. Hör wie das geht. Drück auf Share-Taste. Dann gehst du auf Spiel übertragen und dann musst du auf YouTube und dann schreibst du deinen Text oder so. Komm mal jetzt rein, weil sonst starte ich. Okay. Lass mich auf dem Livestream runter videosieren. Was? Wiß ich! Alle nase nicht auf. Alle nase nicht auf. Was? Aber ist der Fischritte! sechs zentimeter döner ungefähr kostet drei euro ist voll übertrieben ja moin welches welches level bist du beim battle pass 49 ne effe 51 und welches level bist du normal 42 level bist du normal ich bin 47 also mir fehlt noch 2000 xp dann bin ich 48 heute möchte ich mindestens was war lass mal ey guck mal jetzt lass mal nach walling woods gehen damit ich ressourcen abfahren kann ich starte jetzt 32 ok wir sind schon im game wir sind schon im game ja aber der live stream hat immer verzögerung ich glaube 20 sekunden oder so du horst was willst du mir eigentlich sagen alter wie viel hast bezahlt für wie viel hast bezahlt für den es gehen ja wie heißt wie heißt du denn auf youtube ach ja stimmt ich weiß mr king wo bin ich so doof doch schreibt mal bei mir im live stream rein schreibt hast du und dann gehst du auf spiel übertragen und dann musst du das da an text eingeben auf share taste und dann unter screenshot junge wie wie heißt du denn nicht share play starten du idiot unter screenshots über share play zwischen screenshots und share play keine ahnung bei mir steht etwas anders weil ich gerade ein live stream habe in die stadt habe ja ja wie geht das geh auf share ja musst du eben machen hey flo hallo sag mal wie heißt du denn auf youtube warte kurz ich heiße gib einfach banana tv 1 aber warte älter steht aber das klingt hat im video banana tv 1 die sache 1 1 banana tv 1 ich finde ich nicht es gibt ein banana tv der 7 3000 abonnenten warte mal alle und dann kanäle übernehmen so mal gucken ob ich dich jetzt finde 77.000 4 abonnenten 5 junge schreibt mal was ach da ein abonnent aber 13 videos das bist du nicht ne ne den banana tv 1 account eben was bei mir im live stream rein ich finde ich nicht ich finde ich einfach nicht warte kurz mal du bist der positiv oder ich mache werbung für den positiven warte ich drücke share ja geh auf share und dann zwischen screenshots und share play muss und dann dass das das dazwischen jahr druck einfach auf playstation auf freunde dann auf mich warte mal auf playstation und dann geh auf auf freunde du gehst einfach nur auf freunde bananatv 1 2 zuschauer ihr habt alle nicht den nightbot aktiviert ne habe ich schon längst höhe guck mal das ist der zum beispiel schickt einen link von deinem letzten video rein oder was weiß ich guck mal das ist der zum beispiel schickt einen link von deinem letzten video rein oder was weiß ich sie warte und sie guck mal das ist der zum beispiel schickt einen link von deinem letzten video kondoi hallo hat der pechkel alter der kleine wenn sie abonnenter 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 lasst mal abonnenter ihr seid ihr gerade wirklich alle am live stream guck mal da stand ja gerade texten tags also tags schreibt da einfach rein fort night ps4 live und dann in klammern deutsch so dann wird das video ganz vielen leuten empfohlen die fortnight suchen ps4 möchtet ihr jetzt wirklich einen youtube kanal machen videos machen ja das kannst du auch weg machen guck mal bei mir ist das bild voll bei dir ist an der seite chat ich hab keine zuschauer mehr denkst du ich hab immer zuschauer ja wie kann man wie kann man gegen schreck machen was das an der seite ja live stream beenden neu starten übertragung beenden das soll es beendet ja auf youtube aber nicht so oft wird was soll ich in die beschreibung beschreiben schreibt da einfach rein 20 neuer modus und dann fortnight battle royal und dann in klammern deutsch dummisch ver nein ja okay dann kommt die zuschauer hier wird halb geschrieben h i y p e du analfabet scheiße ja und jetzt weiter ja und dann fortnight battle royal und dann in klammern deutsch nütz und dann in klammern nütz hey wie findet ihr diese neue spitzhacke die für fünf euro in klammern nütz sturm warte sturm trupperen trupperen prisma oder ja dieser neue deck nicht neue ja dann rück doch schon mal bereit rückwärts sag mal deine online id jetzt im live das ist die neue warum ladet der mich jetzt die ganze zeit ein oha ich muss gleich meine kontrolle aufladen so was will der jetzt von mir alter ladet mich die ganze zeit ein ein freund von mir also reicht jetzt auch mal mit einladung ne alter warum schickt die ganze zeit einladung soll er reinkommen wenn nicht dann nicht ich komme nicht bei ihm rein das kann da oben da sind ja so haken oder nix das musst du dann da weg machen ey kann der jetzt mal aufhören einladung zu schicken so ey ich glaube ich soll ich lieber meinen anderen controller nehmen weil der ist gleich leer ich nehme lieber anderen controller wie stellt man den aus wie stellt man den controller aus hallo oder warte ich nehme eben mein kabel verlängere effe effe wann geh doch einfach raus er kommt doch schon gleich döner essen ey drückt doch jetzt bereit effe ja nicht gerade jetzt gleich ne nicht gleich jetzt aber jetzt habe ich voll bildschirm geil und jetzt den live team starten hab ich schon ich will den tanz auch haben der ist voll geil das sind der rach geschaffen ja ja genau du sei mal leise du und dein Hartz4 wlan ich will dir in der Küche spielen Flo musst du immer in der Küche spielen hallo flo muss immer in der küche spielen ich ruf den jetzt an alter interessiert dich nicht drückt okay ich weiß ich jetzt raus aus der gruppe werfen und jetzt bin wir 20er team oder du 20er team war ich habe das ich liebe das nein kommt 20er team danach duo versprochen video oder leicht sehen was meinst du denn jetzt schon ich sehe mich schon über eine stunde mann ich muss jetzt ausmachen wird schau bis gleich ich habe jetzt warum wollte alania essen dass die das ist voll und scheiße ein börek kostet 60 cent da ein fünf mal fünf dünner kostet da kostet da drei euro also ein mega kleiner dünner kostet einfach drei euro wer ist das ach so ja Komm, spamm mal Titel voll. Oh, wie sich das jetzt gerade anhört. Ey, alle gehen nach Saltiman. Komm, wir gehen nach Titel. Mir egal. Sie sagt, sie kann nicht ohne mich. Ja, ja. Sie sagt, sie kann nicht ohne mich. Ja, ja, ja. Alle gehen nach Saltiman. Alle. Ey, komm, wir gehen Main Gebäude, aber von unten rein. Drück R2 und guck runter, dann kommst du schnell auf den Boden an. Alles schon voll geschossen. Nein, ich geh in Waldhaus. Oder? Main ist zu voll. Ich hab einen Gegner bekommen. Ich hab mich hier. Der war auch einfach, weil der keine Waffe hatte. Einer wird. Oh, scheiße. Ich hab noch einen Tiefen. Ey, meine besten Beine. Ich hab einen Sau geguckt. Soll ich den trinken? Ja. Komm, ich trink den. Aua. Scheiße, hier ist einer bei mir. Okay. Ich hol mir den. Ich hol mir den sofort. Du bist Meiner, dann hab ich drei Kills. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Er hat mein ganzes Schild weggenommen. Nein. Nein. Oha, er hat eine grüne Pump und hat mich nicht geholt. Null. Er hab ich jetzt gesehen. Ja. Ich bin bound. Ja, ich weiß wo der Gegner ist. Ich hol mir den jetzt auch. Hier sind zwei sogar. Ich hab einen. Komm verregt. Oh. Oh, shit. Hier ist ein Skar. Oh, shit. Oh, shit. Hier ist ein Skar. Oh, shit. Oh, shit. Oh mein Gott Was mach ich die ganze Zeit Scheiße BananaTV1 Hallo Oha ich hatte 5 Kills Nein Scheiße Alter Oh mein Gott das ist so kacke man Scheiße BananaTV1 du Hartz 4 Empfänger Ich bin wieder gestorben Ich hatte nisga ich bin gestorben Ich hatte 5 Kills und du? Ich hatte gar keine 5 Kills Weil ich random habe ich jemandem Wären wir erster geworden ich glaube ich hätte locker so 15 Kills oder so Hallo Mein Ort tut mega weh Hallo Ja Du Hartz 4 Empfänger ja Sie sagt sie kann nicht ohne nisga ja ja Okay das war jetzt nicht gut Das war nicht gut Blatt 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 Ja Hey ich ähm Alle gehen dahin. Ich versuche das mal mitzunehmen. Gehe wir von Main unten? Oder nicht? Ja, Main von unten. Oder das Haus daneben, Drillinghaus. Ja, wir sind im Drilling. Ja, nein, ich gehe Main, weil Main sind nicht so viele. Nur, ich habe keine Weapon. Ich habe die Aft gewerft. Wow, eine blaue Pistol, Alter. Ich habe einen. Ich habe durch die Treppe geguckt. Okay, eine grüne Pump. Kommst du zu mir? Wir gehen hoch Main Gebäude. Oh mein Gott, komm mal schnell, 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 schnell. Er tötet ihn nicht, er tötet ihn nicht. Du Missgeburt, Alter. Wat ein Spaß, die Alter. Und was machst du? Killen doch. Wir haben seine Pump. Da ist noch einer hinter dir, oder? Ne, doch. Da wird schlecht, dass du da feststuhlst. Daneben ist noch einer da. Da, guck mal, das sind drei Stück. Noch ein Schuss. Komm. Sauber. Viel Kills hast du jetzt? Ja, Aimen muss man auch können, ne? Nimm seine blaue Pump. Nimm seine blaue Pump. Ja, und jetzt beliebt den Team. Wo war das für die Team? Letztens mal den Verband hier nicht. Ja, gib ihn direkt drei. Wien geht mir nicht tot, du Arschgesicht. Geht die Malle. Alle, alle, alle. Dun, 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 dun. Wer die Mütte beim? Ja, du brauchst eigentlich selber Verbände, ne? Ich hätte ihm nur drei Stück gegeben. Ich brauch kein Verbände. Ja, guck, jetzt hättest du welche gebraucht. Hinter dir. Nimm noch die blaue Pump. Nimm die blaue Pump. Da ist einer. Da ist einer hinter dir. Da. Nimm seine grüne Pump und sein Big Shieldy. Wo ist denn grün? Ich hab's blau. Nimm noch seine grüne Pump. Da ist doch eine Pump. Du hast eine... Ich hab's blau, aber scheiße. Wart's geben, kurz bei einem Freund rein. Äh. Dir hör auf, Einladung zu schicken, reicht jetzt. Wenn du kommen willst, dann komm. Mann, Alter. Banana TV 1. Ich kann nicht in deine Party rein, falls du mich jetzt gerade hörst. Ich kann nicht rein. Hallo? Was ist los? kommst du raus aus dem game ich bin schon raus ich bin über party oder nicht über party ok an die an die an die banana tv 1 du brauchst mich nicht einladen ich bin schon reingekommen florian kleiner floh es sind nicht 100 leute ein team da sind nicht 17 leute da sind nicht 20 leute drin nur in einem team sind nur in drei teams und 20 leute aber oha da sind jetzt 16 leute nur noch drin kaum titles spam title voll nicht retail alter title ich meine anderen team jetzt die ottos kummer jetzt wie die alle rausfliegen oha guck mal wie das aussieht auf der karte die ganzen team jetzt ich versuche main zu kriegen ja ok das main das main nein nicht von oben von unten vertraut von unten drückt ja zwei kunden da kommt zu schnell auf dem boden an wir gehen von unten vertraut von unten gehen scheiße nicht auf den berg ich gehe aber kurz warte ich gehe eben hier diese kiosk komische kiosk weil da waren ich komme jetzt main ich bin hier bei dir glaube ich oder ich gehe jetzt langsam ich gehe von unten nach oben luten so auf main wenn du eine ar für mich hast dann sagt bescheid weil ich wochen ar team mit ist nicht aus der ort der bittigen dürfen hier schreist ihn ohr heisen auch ein bisschen die ok es gibt ich bringe mit für hier ganz nahe ergeben kündigen die macht oha ich hab sie ja ich hab ein ich habe noch ein bisschen die solchen trinken kommt den 200 leben ab wenn du eine pump dann hast dann gibt mir die macht weil ich kann mit deutschland richtig gut umgehen ja auch hier geht wenn du grün hast dann geht meine pump kann die andere shotgun das ist eine shotgun aber eine pump kann die fünf mal an die schuss ja okay dann gibt man gleich wenn du eine findet kann richtig gut dann voll finanziell kannst du schon gar moni geben hallo hallo kann es mir schon gar moni geben wo bist du außerdem scheiße ich hab mir bitte er moni geben ich hab nur ich versuche ja ich habe schon so wirst du mal ich habe ein gedauert ich bin auch hier bei ich bin nicht mehr main dort hat es gern wo du ich brauch schon mal ich brauch nur arme ich hab keine und ich brauch unbedingt schocken und ich brauch unbedingt schocken ich habe eine du hast du nicht mehr und ich kann da du bist du nicht mehr ich bin mal ja ich bin das ich bin mir ich bin mir das scheiße sind die und die sind grün und und so zu machen ich bin zu sagen mir dass du da bist irgendwo munition wo bist du ja wie viel hast du komm ich gib dir bisschen kommt zu mir lass komm komm garage ich kann dir ich komme ich aber ich brauche ich habe jetzt 73 ich habe jetzt 73 kannst du mir deine kleine munition geben weniger wie hast du denn 71 71 gibt mal 15 kommt was dahin ja gibt gibt okay danke ja okay ist auch gut wenn du was brauchst sagt bescheid ja brauche ich selber und mini gun muni kommen dass man erst untergefallen wir haben noch voll wenig teammates oder 12 stück werden die meisten teammates weiter hoch oder nein oh shit das da oben ist einer hat mit pico die mit hilf mir schnell hilf mir du missgeburt doch mal hilf mir geht er gibt mal den büchel die bitte ich brauche den wichtiger ja dann gibt verwende warte dort noch nicht dort noch nicht okay du hab jetzt das hat vorum geleckt bei mir wo's medikit du missgeburt und team ich hoffe du wirst gleich sterben hier liegt auch wenn es ist spaß die alter ja ich nehme mir die jetzt fort gibt es gibt schnell drei stück einfach die bandages ja gibt doch schnell bandages man geht schnell ja das muss nix noch schneller gehen hebt nicht auf die waffe ja ich hab selbst so hat überall nach das muss los nasenbluten oha kann es mir harmonie geben wie viel hast du denn aber die drei schuss sie sind vom magazin ich könnte der maximal acht schuss ja ich habe 60 schicker da oben sind welche wollte nur mal so sagen kommen wir gehen zur zone ich gehe zur zone oder die helfen dir schon okay ich hab kein bock mehr ich muss dir helfen kommen das ist wichtig du musst schnell in die zone laufen komme ich auch von mich jetzt wegen dir nimm die verbände mit nur ich habe welche aber eher egal alles das brauche ich mal das ist doch ein gemaskar sei mal fährmann guck mal ich hab dir geholfen wo ich bin dauerlich bedauert ich bin wieder dauer ich habe keine zeit mehr ich weiß nicht ob ich das schaffe jetzt wegen dir du da liegen bandages ein missgeboten die meckung doch hier weiter spaßt ist hurensohn team ich hoffe deine mutter stirbt alter du bist so schnell fassen hurensohn team du elendiger du elendiger hurensohn du elendiger hurensohn so ich komme gleich wieder leute wir gehen wo die ihr und wie wie die die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020